so ihr lieben herzlich willkommen bei jens von minga gaming bei stranded die befinden wir uns ich möchte euch in einem weiteren kleinen tipps und tricks video zeigen wie ihr kokosnüsse effektiv nutzen könnt denn diesen fehler habe ich anfangs auch gemacht das möchte ich euch gerne mal zeigen dafür habe ich jetzt mal hier ein paar kokosnüsse hingelegt und zwar möchte ich euch jetzt mal zuerst einmal zeigen was vielleicht der ein oder andere falsch macht oder einfach gar nicht weiß dafür legen uns die kokosnuss jetzt mal hier vor die füße und nutzen das normale messer und ich habe das am anfang auch immer so gemacht dass ich entweder eine kokosnuss genutzt habe um sie zu essen oder um sie zu trinken dafür müsste sie jetzt erst einmal quasi von ihrer hülle befreien und ich habe dann ganz am anfang immer den fehler gemacht und habe sie quasi gleich zerteilt damit konnte ich dann die kokosnuss zwar essen so ich zeige euch das mal das ist alles kein problem vier schalen habe ich jetzt im menü gehabt bitte darauf aufpassen wenn ihr sie mehrere tage zerteilt im menü habt dann sind sie schon verdorben also das unbedingt auch beachten da könnt ihr rauf gehen das würde jetzt dann hier beispielsweise stehen wenn sie schon verdorben sind wenn ihr die dann aus versehen es dann könnt ihr euch eine vergiftung einfangen so also wie gesagt ich würde die jetzt alle vier essen und freue mich des lebens allerdings habe ich diese kokosnuss gar nicht zum trinken benutzt und jetzt zeige ich euch mal wie man das viel effektiver macht und leg jetzt die kokosnuss mal noch mal vor unsere füße und wir nehmen wieder das ausgefeilte messer wir befreien die kokosnuss wieder von ihrer schale jetzt zerteilen wir die aber nicht gleich sondern wir nehmen die auf gehen ins menü klickseln die kokosnuss an und können jetzt wunderbar aus der kokosnuss trinken das funktioniert einmal dann können wir sie wieder fallen lassen jetzt können wir sie natürlich auch wiederum mit dem messer zerteilen das geht ja nach wie vor aber wir haben sie im vorfeld dann schon genutzt und getrunken und können jetzt das kokosfleisch wieder genutzt genauso essen also wie gesagt dieser kleine trick einfach mal hier bei tipps und tricks zum spiel in einem kleinen video gezeigt ich hoffe das hat dem einen oder anderen jetzt vielleicht auch wieder geholfen die kokosnüsse besser und vor allem effektiver zu nutzen das soll es dann schon mit diesem kleinen tipp gewesen sein und weitere videos dieser art findet ihr entsprechend dann auch in den nächsten tagen wochen und monaten begleitend zum let's play auf unserem kanal insofern sage ich danke fürs reinschalten tschau und servus jens von minga gaming